Was geht ab Freunde, euer Stefan hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Squad Builder. Viele von euch hatten sich nach unserem ersten Dream Squad Builder ein weiteres Team gewünscht, bei dem wir das Ganze mal so ein bisschen ruhiger angehen lassen, die Münzen auf den Teppich lassen und nicht ganz so viel ausgeben. Sprich, wir präsentieren euch heute ein Starter-Team für ungefähr 5.000 bis 10.000 Münzen. Auf der Xbox vielleicht ein bisschen günstiger, auf der Playstation ein bisschen teurer bis 12.000 Münzen. Aber so roundabout 8.000 Münzen seid ihr auf jeden Fall dabei. Formation 3-5-2, es ist ein kleines Hybrid, wir haben mehrere Ligen, mehrere Nationen dabei. Ist jetzt aber auch nicht so interessant, also ein Starter-Team recht gut. Aber wenn man dann schon mehr Münzen hat, denke ich mir, ist das für viele dann überflüssig. Wir fangen direkt an mit dem Torwart. Hier haben wir Rulli von Real Sociedad. Ja, wie gesagt, werte nicht ganz so atemberaubend. Dafür auf der Linie ein ganz guter Mann, hat mir gefallen, hat soweit es ging, den Kasten sauber gehalten. Der erste Innenverteidiger ist Kologcini von Newcastle United. Genauso ein Argentinier-Pace von 69, ganz in Ordnung. Verteidigung und Physis mit 77 und 79 auch recht gut. Die Haare sind auch am Start. Also wie gesagt, der Mann ist hinten drin eigentlich nicht so schlecht, aber auch nicht der Beste vom Besten. Ähm, ja, ich habe auch noch ein paar Alternativen dazu, aber das sage ich dann am Ende des Videos, Freunde. Wir machen weiter mit dem mittleren Innenverteidiger. Hier haben wir Musaccio, Musaccio, Musaccio. Genauso 69er Tempo, spielt dafür aber bei Villareal. 81 Verteidigung, hier ein bisschen besser als Kologcini. Dafür genauso 77 Physis. Auch ein ganz guter Mann. Kam, glaube ich, im letzten Jahr noch mit einer Silberkarte daher. Jetzt geupgradet auf eine 80er Goldkarte. Der rechte Innenverteidiger ist Martinez. Den müssten viele von euch kennen. Genauso ein Biest war auch bei FIFA 14 mit einer Non-Rare-Karte. 76 Tempo, 82 Verteidigung und 80 Physis. Das ist einer der besten Innenverteidiger der Liga. Auf jeden Fall wahrscheinlich der beste Non-Rare-Spieler. Wir machen weiter mit dem, ne, wir machen nicht weiter mit dem rechten Mittelfeld. Wir machen erstmal ganz ruhig weiter hier im zentralen Defensive Mittelfeld. Mit Sergio Busquets vom Bartholona. Ja, das ist der einzige Rare-Spieler in diesem Team. Aber wie gesagt, am Ende habe ich da noch ein paar Optionen. Da könnt ihr ein bisschen rumprobieren, rumexperimentieren. Wenn, dass ihr da vielleicht dann ein ganzes Team habt, das aus Non-Rare-Spielern besteht. Aber Busquets für mich ein ganz guter Mann. Hat ganz gute Arbeitsraten, genauso gute Verteidigungsraten, Verteidigungswerte. Deswegen ist er da der einzige im Mittelfeld, der da auf jeden Fall defensiv richtig gut mitarbeitet. Und auch die höchste Gesamtbewertung hat. Im zentralen Defensive Mittelfeld haben wir jetzt hier einen zentralen Mittelfeldspieler. Und das ist Ever Vaniga von Sevilla. Ein Argentinier, 80er Gesamtbewertung. Einen ganz guten Schoß, ganz gutes Dribbling. Vier Sterne-Skills hat er, 83 passen. Also der kann da auch die Stürmer, die Mittelfeldspieler, die anderen mit Pässen verfüttern. Sodass die dann nach vorne richtig Tempo machen können. Im linken Mittelfeld haben wir Gaetan von SL Benfica Lisboa. 83 Tempo, vier Sterne-Skills. 63, ähm ne, 86 Tempo. Ähm, was erzähle ich denn da? 86 Dribbling, Freunde. Also am Ball ist der wirklich wie eine Fee, der zaubert darum, wie kein anderer. 81 passen. Und der Schuss von 74 ist auch nicht von schlechten Eltern. Also der hat mir richtig gut gefallen. Im zentralen Offensive Mittelfeld haben wir Rafinha vom FC Barcelona. 77 Tempo, vier Sterne-Skills natürlich vorhanden. 82 Dribbling. Also das ist eine Spezial-Attacke mit Dribbling. Macht er ganz gut. Ansonsten passen und Schuss ist auch nicht verkehrt. Aber ist eine 78er-Spieler. Also auch nicht so atemberaubend. Im rechten Mittelfeld haben wir einen rechten Flügelflitzer. Und aufgepasst, das ist Özbilis von Spartak Moskau, müsste es glaube ich sein. Der war ja genauso in FIFA 14 ein Biest. Jetzt auch wieder vier Sterne-Skills. Schaut euch mal diese Bewertung an. Diese Werte für einen 77er-Spieler. 78 Schuss, 79 Dribbling, 75 Pass und 80 Tempo. Also das ist wirklich richtig fein. Vier Sterne-Skills, vier Sterne schwacher Fuß hat er glaube ich auch. Und im Sturm haben wir dann seinen Nebenmann Muvsizian. Den hatten wir glaube ich auch mal in der Pack Road to Glory letztes Jahr. 81 Tempo, 80 Schuss. Also der hat wirklich einen richtigen Bombenschuss. Und hat natürlich den perfekten Link hier mit Özbilis. Und die bilden da vorne ein richtig gutes Duo. Der letzte Mann im Sturm ist Lima. Genauso von Benfica wie Gaitan. 77 Tempo. Nicht ganz so schnell. Dafür einen recht guten Körper. Wieder einen überragenden Abschluss. Genauso wie Muvsizian. Gutes Dribbling. Passspiel ist auch vorhanden. Und Nefisis auch von 72. Also mit den zwei Stürmern. Sind zwar nicht die schnellsten, aber vorm Tor sind die eiskalt. Haben guten Abschluss. Dribbling ist auch nicht verkehrt. Leider beide nur drei Sterne-Skills. Aber dafür haben wir hier drei, vier, vier Sterne-Skiller. Mit Gaitan, mit Ever Banega, mit Rafinha und Özbilis. Ja, ich habe gesagt, ich habe hier noch ein paar Alternativen. Die zeige ich euch jetzt ganz kurz hier mit dem Dream Squad. Da muss ich ganz kurz auf Nationalität Spanien gehen. Damit ich das auch alles hier richtig mache. Position müsste, glaube ich, ZM sein. Das ist dann die erste Alternative für... Wenn du einen... Jawohl. Das ist die erste... Was ist das denn? So. Das ist die erste Alternative, Freunde, für unseren Freund Sergio Busquets. Wo haben wir ihn? Hier haben wir. Es ist Roberto. Der ist nicht ganz so defensiv. Wir sehen es hier. Mittel-Mittel-Arbeitsraten. Ist aber ein Non-Rare-Spieler. Sieht wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Also wenn ihr euch noch ein paar Münzen sparen wollt und noch nicht das Geld für Busquets habt, kauft euch erstmal den. Es muss auf jeden Fall ein Spanier vom FC Barcelona sein. Sonst funktioniert das mit der Chemie leider nicht. Ansonsten haben wir dann noch einen Spieler. Der kommt diesmal aus Argentinien. Es ist ein kleines Upgrade für Colocchini. Spielt in der Barclays Premier League. Und das ist natürlich Rojo von Manchester United. 75 Tempo, 79 Verteidigung, 82 Kopfball. Kein schlechter Mann. Natürlich könntet ihr euch jetzt hier auch noch Sergio Ramos holen. Ja, Freunde, das war es soweit von diesem Squad-Bilder. Falls ihr noch weitere sehen wollt, vielleicht mal eins für ein bisschen mehr Münzen. 50.000 Münzen, 100.000 Münzen. Schreibt alles in die Kommentare. Ich würde mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ganz viel Spaß mit den Toren. Das war es von mir. Schönen Tag noch und... Ciao! 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 Ciao!